und ab in die lüfte 2 davon und ein davon ja was habe ich denn da gefunden ja was habe ich denn da gefunden einen alten freund nein ich habe nichts geschnüpfelt lol ich bin marienkäfer ich habe schwarz punkte planet sind dich hack ich bist du danach wieder planet sehen das wäre echt nett obwohl ich rot ja ach du schande das wird ja echt immer schwieriger ok pass auf oli wir regeln das ganze wie männer jetzt google da was soll ich glaube ich habe es schon falsch gemacht oder nee ist noch richtig habe ich doch richtig gemacht na dann hab's geschafft hast du gut gemacht zwölf von 34 liegen schon gehackt und zum nächsten wir sind echt toll noch ein alter freund du das recht es tötet menschen und den peter peter seine freude geht flöten wenn du peter leiner küsst ein bisschen verändert hat sich die map schon oder von den gebäuden her ich habe hier so gebäude da habe ich das gefühl die habe ich vorher noch nie gesehen aber auch nur weil du sie jetzt von einer anderen perspektive sie ist verloben wo wie viel ich glaube wir kriegen verhandlungen weil wir hacken und so weil wenn ich mir so das verhandlungslevel anschauen das sieht schon recht böse ich bin dann an so einem alien vorbeigeflogen ach so ich stehe hier gerade am ein und macht jetzt sowas von platt frisst das alien ist klar der erste schuss aus meiner dlc waffe muss natürlich der rakete sein ich habe die gegner gepöpelt was zur hölle ich habe ein neues auto peter mit dem endrücken ich komme vorbei das ist geil lol ich habe dir meine sonne in den hintern geschossen ich habe eine alien auf meiner sonde und habe ihn voll weggeschossen ich will noch eine alien auf meiner sonde gib mir deinen hintern gib mir deinen hintern ich habe dein neues lieblingsauto wie geht denn das guck mal ich kann nicht gucken ich will noch jemanden auf meine sonde haben ah und weg damit alter wie so eine rakete hallo autos cool ist nicht alien komm auf meine sonde schatz komm auf meine sonde und jetzt ist das happy new year einfach dahinter stein und maustaste drücken irgendwann klappt es ich habe schon fast keine lebensenergie mehr hier ich gehe mal lieber weiter hacken das kann nicht so toll hallo gebäude guten tag peter das ist cool so da muss ich rauskommen dann mache ich doch die beiden hier hin ich helfe dir wie kann ich löschen rechte maustaste lass mich in ruhe ist unnötig hilf mir ah wer schießt auf mich ollie was tust du ich bin tot aufpasst ja ich bin am hacken wie soll ich da aufpassen blöde trecks und mit dem spiel ich nie wieder ah wo bin ich ollie sag mir sofort wo ich bin ich will nach da und ich will noch mal hacken das sah nämlich recht kompliziert aus und ohne verhandlung kann man sich da bestimmt besser drauf konzentrieren ok nicht was nicht war öli nämlich das so öli torsten günther nämlich nirn 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 so und zack so jetzt zeig mal her laden zeigt mir ein geheimnis gott haben wir viele sachen wie sollen das funktionieren mal auch eins die mache ich beide hierhin mache ich das dahin ich weiß wie das funktioniert das geht hier 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 ach shit ich jetzt zwei nach oben machen müssen ich kann das nicht hab's geschafft vielleicht mal zu dir kommen gucken ob ich das kann das kommt nach so ich muss die beiden hier auf verbauen okay dann habe ich das falsch gemacht haben wir doch von dir ach das ist auf zeit warum sagt mir das ist so voll ein auf ruhig das hat sich verändert das macht man nicht das ist unfair wenn sich das verändert aber was ballert da schon wieder auf mich was hast du wieder getan und das ballert auch auf mich gerade wie komme ich wieder raus ich habe gescheitert warum lol der polizist hat sich schon wieder in einen alien verwandelt voll mit dem fäust gegeben ich kann so nicht hacken wenn man mich angreift man greift mit johnny an hier hört auf damit ich will hacken ich will das haben ich will das nein tut mir leid lol Peter ich habe was cooles gefunden schön für dich so muss ich raus aber das gibt es doch nicht hört darauf auf mich zu ballern ich hätte es fast geschafft die trecken hier jetzt immer noch mal die aliens weg die stinken voll und weg jetzt hat sich hier wieder alles verändert oder wusste ich doch wo muss ich raus da ich es wird schon wieder auf mich geschossen wer ist das und warum tut das ah ne 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 wo ist der oh die kommen jetzt mit raumschiffen oh heck gescheitert lol na toll Peter das ist nicht gut ich kann grad nicht Peter das ist nicht gut ich kann grad nicht ich gehe weg ja okay das ist halt weg viel spaß zack zack ich muss noch eins darüber zack dann wieso habe ich nicht mehr so 1 ach ich habe zwei davon wieso gebt ihr mir immer falsch knoten ich habe doch ganz anderes ausgewählt ja heck gescheitert die mich auch so bin ich hier bin ich wenn die nicht immer auf mich ballern würden da könnte ich mich hier wenigstens bisschen konzentrieren aber nee die ballern immer und dann zittert das blöde bild naja ich mach versuch's auch mal ne da hätte ich was anderes machen müssen das hier hätte ich machen müssen ja baby geschafft wird doch mal zeit ollie ich will nicht mehr hacken willst du nicht ne zu viel verhandlung kann man sich nicht konzentrieren hallo na gut dann lass mal hier reingehen und die verhandlung weg machen wenn es um noch geht nö ausdauererhöhung 2 das klingt auch ganz nett oh das ist gut ja dann hätte ich hier noch was munition gewährmäßig ist munitionsprengwaffen klingt auch gut ich gebe immer geld für fähigkeiten aus ich glaube ich sollte lieber mal sparen das ganze dann in waffen upgrades stecken damit ich hier mal nur ordentliche power waffe was kriege ich noch an bargeld 11.000 ok nation ach nee wie heißt das hier die feier ist ne blöde ah ja lass mich da in ruhe hauptsache waffe ich brauch keinen namen wenn ich jemand meine knarre an den schädel halte und sowas von abdrück da brauche ich nur noch einen namen für das krab wo bin ich lang geflogen ich bin hier glaube ich verkehrt ich bin sowas von verkehrt ollie hat mich mal wieder total falsch geleitet ich habe doch dich gar nicht geleitet ja das ist ja das problem fickt sich jetzt ja mal was sagen können jetzt fall ich hier den ganzen blöden hügel runter kann das sein dass uns die ganze so ein fettes viel verfolgt es regnet nämlich feuer ich glaube schon position kaufen für die feier welche waffe finde ich denn am tollsten fragen wir mal so die pistole ist ganz okay bei der pistole hier war doch so ein cooles ding oder nicht ja nein vielleicht leute ist das dann war das eine andere knarre na komm hast du noch einen schönen stil was steht dir gut was haben wir denn hier noch feines kommigern will ich nicht landeil 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 die neue waffen art nämlich die ist hässlich nämlich sieht lustig aus ich will lieber wieder die kommt nicht aufs ausgeladen es kommt aufs gute an ja gut ist wenn es gut aussieht was haben wir denn noch so schönes hmm dieses schwache lebende das macht mich gerade alle blitzschüsse was zur hölle wasserpistole wo waren bei welcher waffe bei dem bei dem feuerstoßgewehr schlussgewehr wo waren das war das hier unter gewehre links dem schutz könnte massmacher heißt ich kann da gar keine stile anpassen bei dem ding ich kann man das hier auch kann ich nicht wenn ich bei waffen kaufen verbessern gehe unter draufklickt zeigt mir das nicht an dass ich das habe ich zeigt den st biết die schnellschusspistole sieht auch toll aus was hatten die noch mal alles gehabt ach das waren nur diese blöden hier nehme ich die doch lieber standard noch bei schaden noch was rein überhalte ich übernehmen feuerregen vor der tür vom feinsten kann es sein dass hier gar kein feuer für uns verfolgt sondern dass das einfach der regen in der animationswelt ist denke nicht weil das sieht mir hier aus wie stinknormaler regen halt nur mit feuer es wird sich auch angering was haben wir denn da unten noch da ist irgendwas komisches angezeigt ach ich hab's gefunden was stehst du hier unten einsam auf der insel mein kollege kollege ist böse kollege hat keine lebensanzeige ich glaube du bist wie nicht ins wasser das gilt nicht okay der hat so gewollt er hat so gewollt was macht die strahlen los geht's er kommt nicht hinterher der steht ja schon die ganze zeit hier das ist ja das problem der stand hier ganz friedlich als ich gekommen bin und er steht auch im wasser wieder ganz friedlich au dich auf welch ich bin freundlich aha wo ist er denn jetzt hin lol er knappa und die Bis zum nächsten Mal.